und damit ein herzliches willkommen zurück bei let's play der herr der englischen lacht und mitlehrt immer noch sehr sehr hart gebettelt hier und ja wir sind mittlerweile in runde 25 das feld oder beziehungsweise die karte relativ grün blau gefärbt auf jeden fall der gegner black und der gelbe npc beide jeweils auf fünf gebiete mal schauen ob sich diese runde da was ändert daran ja mein npc hat mehrere schlachten verloren unter anderem hat er sich in bruchtal mehrfach aufgerieben und das ist ich denke mal das ist der hauptgrund warum das jetzt gerade so scheiße für uns aussieht gucken wir mal wie es weiter läuft und ja ob du oben die letzte festung kriegt oder auch nicht aber erst einmal geht es nicht um die festung es geht wieder um den trainings kampf dann gehen wir mal rein ja genau so ich müde mich und ja erneut sind wir in kehr andros wer hätte gedacht ist halt ein sehr umkämpftes gebiet ich werde jetzt nur eine festung hinstellen und einen gang und in den gang werde ich meine einheiten dann reinziehen wenn ich was habe das war es dann aber auch schon denn mit droger habe ich definitiv keine chance wenn das da irgendwo irgendwie brauchen mich jetzt auch nicht so beeilen so ich will eigentlich nur gucken ich will mich nur mit drog aufmessen das ist im prinzip alles richtig nützlich also dann hätten wir noch hier und dort hier kommen immer mal mit weil wir was können mal gucken wir eher da ist du durch weil ich würde ja mit seinen einheiten genau das gleich schaffe ich ja noch ein paar einheiten von ihm zu schlecht zu schnitzeln das wäre toll noch ein gebäude fertiggestellt welches level bist du brauchen das typ ist ja ist es meiner oder seiner ja ich dachte ja das macht doch keinen sinn hier ja ich hatte gehofft naja du hast ja du hast ja alle sein bogenschutz was geht naja wie gesagt ich wollte eigentlich mal so ein 101 zwischen drache und drache dass das war meins aber dann kam es ja mit einem drucken punkt du hast natürlich unfair gekämpft deswegen habe ich verloren ja was will man anders sagen natürlich habe ich diese schlacht schmählichst verloren aber ja was soll es so gut fahrer enden okay ich habe noch in ihre bohr ich stimmt da ist ja noch was er war ja noch was und diesen gab es auch noch was diesen gab es verlierst aber ja sehr wahrscheinlich nichts das wird nicht sehr wahrscheinlich aber ich kann ja mal probieren dafür sind die boni halt auch zu zu niedrig und ich gehe auch von aus aber irgendwie wird man ja mal eine festung kommen aber ja ich brauche ich brauche auch eine festung hier ich brauche den erbo kannst du mir ja geben mit mir na komm lad mal spiel ok spiel geladen ich bin gemütet ja baue dasselbe gemacht habe einmal so ich werde mal hier unterlaufen diesmal und gucken ob ich vielleicht aber den drachen schnell weg kriege und b kankra begegnen wir werden dann fertig wir werden fertig vor allem ja fliege gucken aber kann gerade wieder reinziehen oder aber diesmal gab es ein vorsichtiger grunde vorgeht das werden wir sehen ich baue mal eine toll dinge nach gegen gegen halbtreu plümeren noch sich keine kankra ja ja will im prinzip hier den drachen weg haben das wäre schon mal ein wirst haltet euch von dem feuer dachen fern das wird nichts also zurück ja alleine ich habe ich den drachen nicht diese scheitern aber auch stark da kommt da kommt die neue kluft die baume aus das land wird uns gehören nö 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 hier gibt es immer arbeit verdammt kankra welches level bist du eigentlich du für 6 jetzt könnte der blöde troll oder der blöde npc mal mich verteidigen oder so das wäre toll ich habe hier nichts die festung ist bereit ja das hat er nicht geschafft dann ist der plan schon mal nicht aufgegangen mein plan ist es natürlich jetzt in den baumeister zu holen feigling hau da ab da hau da ab da fernichtet sie zertrappelt sie auf ein gebäude fertiggestellt die greifen uns an so wenn ich stufe 10 bin wäre das ja auch nicht schlecht ich ziehe mich mal ein bisschen zurück denn natürlich muss ich auch meinen ein bisschen hoch heilen und ich werde mal bauen natürlich so mach dich nützlich ach fick dich doch der kann man mit kankrader sagt das ist natürlich nicht so gut 880 die rohstoffe sammeln aber auch verdammt schnell langsam 490 machen wir erstmal die hier das gebäude ist fertig lalalala so na gut dann der hat das gebäude gebaut dann bauen wir noch ein gebäude hier strüben marsch marsch schnell verarsch dann dann und so so wir werden wir bauen auch mal hier dinge hochgeheilt hochgeheilt feigling du bleibst hier ihr geht mal ja raus und knallt also findet doch das hat er dann bauen wir jetzt auch mal so noch eine höhle was der kann kann hier ist was zu tun ist andererseits wie gesagt haben sie ist halt eine echt gute strategie und die boni die machen schon was hier hat er sich niedergelassen und mein zwei baumeister sind wir heute nicht mehr fertig und dieses wolken spiel irritiert natürlich ein bisschen kommt ihr geht hierher als sozusagen verteidigung sammelpunkt macht auch mal so okay ihr wollt mal hier rein in der hoffnung dass dann noch nichts ist Macht, was euch befreundet. Ihr wimmelt es von Feinten. Hier warten wir hier rein. Und zwar hier so. Macht dich nützlich. Noch ein Angriff. Habt ihr das gelöst? Ja, hier, komm. Gehen wir runter. Noch mehr Arten. Hier. Zubefegen. Ich stelle sie mal als Verteidigung. Möglichst lang Beschäftigung und so. Und das hier scheint so halbwegs zu funktionieren. Äh, das ist gut. So. Hier baut der. Dann baut hier. Okay. Äh, ja. Hier geht es sich ja runter. Das ist okay. Äh, hier ist auch fertig. Dann gehe ich hier hin. Mach dich nützlich. So. Jetzt kriege ich auch langsam mal ein paar Rohstoffe. Das neue Gebäude. Das neue Gebäude ist fertig. Okay. Ihr könnt ja gerne mit ihr. Okay. Und ihr, ähm, macht mal gut. Sie da heilen. Ja. Was sagen wir sonst noch? Alter, kann ja den Drachen beschwören. Ich brauche ja nicht vergessen. Äh, so. Ich brauche hier, äh, ein bisschen mehr Rohstoffe. Ähm. Hier nicht. Ihr wisst, was zu tun ist. Da ist auch ein Hund drauf. Aber das Ding dazwischen. Halt keine Arbeitheit bereit. So, wie viel haben wir? 250. Toll. 200. Malalala. Malalala. Aha. 500. Okay. Dann baue ich hier mal zu. So. Okay. So, so. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Wir wollen wir nicht ziehen. Auch mehr Halb-Trolle. Aha. Zwei, äh, Einzel-Auftrag gegeben. Ja. Gut. Einzel-Auftrag gegeben. Wir brauchen die Arbeiten. So, Gorkil wäre schön, wenn er mal wiederkommt. In der Zwischenzeit kann ich mal hier nennen den Gang. Tun ist. Wir werden angegriffen. Von wem? Noch ein Gebäudefertig mit Zelt. Aha. Aha. Doch, siehe Halb-Trolle. Bewegung! Hier rein. Noch mehr Ortträger. Das neue Gebäude ist fertig. So, neues Gebäude. Äh, dann bauen wir hier noch ein rein. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Wir greifen das an. Wir greifen das an. Ich bin unbesiegbar. Dieses Land wird uns gehören. So, kommt auf Kankra. Noch mehr Ortträger. Kankra, platt. Sehr, sehr gut. Äh, so. Ich hab hier oben. Äh, dann baue ich mal hier, äh, in den Gang. Hier konnte ich doch was bauen. Das Gebäude ist, wenn ihr wisst, was zu tun ist. Halt mit euer Werkzeug. Äh, du baust hier weiter. Baut! Kankra, hamba, platt. Mhm. So. Ich war da im Prinzip auf die Fledermaus. Äh, damit ich da nochmal hin kann. Äh, und ansonsten mache ich hier erstmal, äh, eine Verteidigung auf. Noch ein Gebäude fertig geklebt. So. Okay, ein Gebäude steht. Ähm, dann, äh, stelle ich mich hier mal, äh, hin. Nein. Äh, du baust natürlich nur solche hier. Äh, denn das ist auch nötig. So. So, ihr Jungs geht vor. Ähm, der andere, der braucht man geschützt. Das Gebäude ist fertig. Kann ich hier nur gefeilen. Verdammt, der hat er so zugebaut, der sagt. Ah, jetzt. Verdammt, ich krieg den nicht hier gesetzt. Gerade eben ging's doch. Ja, ja, ja. Wir bauen uns weiter vor. Ja, können wir nicht bauen. Wir werden sie überhängen. So. Die Schatzlager muss weg. Das neue Gebäude ist fertig. Hm, was? Sie greifen die Mine an. Er wegt euch, ihr Kreuz um den Baummeistern. So, Baum hat das zumindest entkommen. Äh, das ist schon mal was wert. Dann holen wir den hier raus. Wir haben viel zu tun. Und wir gehen halt hier hinten in die Ecke. Und bauen da, äh, hier noch ein Zimmer. Was zu tun ist. Hier werden sie überrennen. Nee. So, dieses Gebäude steht auch. Äh, dann nächstes Gebäude. Mach dich nützlich. Draußen wütet ein Feuerdrache. Bezweck dich. Wir werden abgegriffen. Reiß alles nieder. Oh. So, ich geh mal auf Verteidigung stellen. So, ich geh mal wieder rein. So, der ist weg. Ähm. Okay, ich hau ab. Äh, und, äh, und werde hier mal, äh, in aller Ruhe. Und das und das. Genau. Und das gebaut. Äh, dann werden wir hier unten in aller Ruhe, ja, gar nichts machen. Ja. Das ist ganz weg. Und das hier auch. Oh, ähm, ja. Der Entwitz hier hat Spaß an Olifanten. Also, ich krieg mal ein paar Rohstoffe, das ist auch toll. Äh, ich geh mal hier hin. Äh, so, dann, ähm, ich werd immer ein bisschen weiter vorgehen hier. Nichts nützlich. Wer hat Tönig ausspricht. Also, Gorki ist wieder ein paar Teile. Dann können wir ja auch mal wieder vorrücken. Und ich sollte mal, äh, meine vielen Rohstoffe nutzen. Äh, vielleicht wirklich mal wieder. Wir haben kaum noch Rohstoffe. Wir haben kaum noch Rohstoffe. Okay, wir haben kaum noch Rohstoffe. Da sind sie wieder alle. Das geht ja schnell. Oh, ich hab ja noch was. Ist ja cool. Und mit dem Roll ist die Sache durch. Dieses Land wird uns gehören. Da kommt mein Gorki noch dazu. Dann wird dieser Fug laufen. Wunderbar. Ja, wollen wir hier die Folge nochmal beenden? Ja, können wir gerne. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke für's Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Ist ja auf jeden Fall spannend. Und Büh, äh, ja, macht schon die richtige Strategie. Der hält hier zwei gut im Trapp. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschö. Tschö.